Das Volkswagenwerk in Osnabrück bereitet sich auf den Porsche Boxster vor. Die Produktion startet voraussichtlich ab August. In den Osnabrücker Werkshallen soll dann neben dem Golf Cabriolet auch der Porsche vom Band laufen. VW braucht dafür zusätzliche Maschinen. Momentan baut Porsche die Sportwagen Boxster und Cayman in seinem Stammwerk in Zoffenhausen bei Stuttgart. Dort ist aber die Kapazitätsgrenze erreicht. In dem VW-Werk in Osnabrück, das aus dem früheren Fahrzeugbauer Karmann hervorgegangen ist, arbeiten momentan rund 1800 Beschäftigte. Allgemein steht der Volkswagen-Konzern aus Wolfsburg gut da. Der Gewinn wurde im vergangenen Jahr verdoppelt auf 15,8 Milliarden Euro.